Wenn du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes, gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie... Wenn ich euch überblicke weiß ich, mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Denn so wir zeigen, wo sie hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ihr habt tapfer und stolz für euer Vaterland gekämpft. Ihr seid eine ganz besondere Truppe, die ineinander einen Zusammenhalt gefunden hat, wie er sich nur im Kampf entwickeln kann. Mit Kameraden, die Fuchshöhlen geteilt haben, die sich in schrecklichen Momenten gegenseitig gestützt haben und gemeinsam gelitten haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020